Jo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Weiter geht's. Und nicht wundern vielleicht, ich habe heute meine Zahnspange bekommen. Also ja, falls sich das ein oder andere vielleicht ein bisschen komisch anhört, ihr wisst Bescheid. Okay, was machen wir denn jetzt für eine Quest? Zur Schildring festweisen. Na, wir machen das jetzt nochmal hier. Also was heißt nochmal? Wir machen das überhaupt jetzt mal. Das ist für diese komische Tussi, die was da draußen irgendwie am Boden liegt. Und seit weiß ich nicht wie vielen Stunden schon Schmerzen hat, weil ich immer andere Sachen mache. Jo, hallo. Okidoki. So, ich haue schnell um. Geht ihr fix. Die haben wir auch um. Mit Two Shot. Ok. Da steht so ein Schrein und ein paar Wölfe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Feinden, die Steine sagen. Doch, wenn es stimmt. Das ist einfach zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Löstrum war nicht in der Stadt, als Ahrtal zu Besuch kam. Löstrum kennt Ahrtal nicht. Und Ahrtal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Ok. Oh mein Gott. Und er wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. In'd für euch look. Mögen euch eure nichtigen Götter beschützen, Sterbliche. Ich werde Eri genannt. Euer Gesicht ist mir neu. Ihr seid anders als jene in Gorham. Sie amüsieren mich. Ich strebe danach so viel wie möglich von ihnen zu lernen. Seid ihr hier, um mich nach den Tuatha zu fragen? Ich kann euch nur das anbieten, was ich weiß. Ich hoffe, es genügt euch. Nee. Es müsste jedenfalls etwas Starkes sein. Eure empfindlichen Körper sind weitaus anfälliger als unsere. Ich finde es ohnehin erstaunlich, wie lange ihr damit leben könnt. Okay. Vielleicht hat eure Apothekerin einen. Ihr könnt den Kranken natürlich auch selbst herstellen, wenn ihr entsprechend ausgebildet seid. Sind wir nicht. Lieb wohl. Ja. Darauf hätten auch die anderen kommen können. Oder einfach mal in die Apotheke einen fucking Heiltrank holen. Oh man. Ja, ich glaube ich habe irgendwie noch keinen in Alchemie geballert. Aber wir können ja mal schauen. Alchemielabor. Dieser Labortisch erlaubt es dir mit Hilfe des Talents, Alchemie eigene Tränke herzustellen. Herstellen. Okay, wir haben zwar schon einiges, aber... Jo. Dieser Bildschirm zeigt dir alle Reagenten in deinem Inventar und ermöglicht es, sie miteinander zu vermischen. Experimentiere mit ihnen, um neue Rezepte freizuschalten. So was, davon haben wir viel. Drücke nach Auswahl. Der Reagenten in zwei, um sie miteinander zu vermischen. Zwei. Ruft einen zufälligen Effekt hervor, der potenziell gut oder schlecht sein kann. Okay. Dann nehmen wir so eines. Was haben wir noch viel? Ein Trank, der die meisten Krankheiten heilt, kann am Labortisch mit den folgenden Reagenzien gemischt werden. Na gut. Aber ja, wir haben eben... Aber ja, wir haben eben... Weil das ist so heller, sag ich mal. Na gut, ist egal. Wir wissen ja gar nicht, was wir für einen Trank brauchen. Wir reden mal mit ihr. Sie ist eh unsere beste Freundin jetzt. Ihr seid in meinem Laden jederzeit willkommen. Und natürlich erhaltet ihr Rabatt auf all meine Dienstleistungen und Wagen. Okay. Ich brauche einen Heiltrank. Ich bin sicher, ich habe hier irgendwo ein Fläschchen. Aber mir fehlt die Zeit, jetzt danach zu suchen. Es tut mir leid. Jo, fick dich. Meint ihr wirklich? Ich könnte mich von irgendetwas trennen? Noch dazu von einer meiner besten Mixtur? Hier wird geforscht. Da ist für Wohlfahrt kein Platz. Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt. Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Hm. Sollen wir ihn kaufen? Was hast du sonst noch? Einfach Heiltrank. Okay, okay. Ja, alle wollen. Arschloch, he. Da helfen wir hier und dann... Wow. Hm. Wo ist der Kollege? Irgendwo oben wahrscheinlich, ne? Oh, du Arme. Entfernt. Kurser Haltrank. Und gerade noch rechtzeitig. Gib mir den Trank. Er wird helfen. Aber das reicht nicht. Jemand muss zu den Feiern gehen und ihnen erklären, was hier geschehen ist. Ein kleines Missverständnis. Und die Feiern betrachten uns nicht länger als Fremde, sondern als Feinde. Sie ist ein Mitglied des Hauses der Balladen, dem legendären Ruf der Feiernhelden. Das sind unvergleichliche Krieger, die ihrem Namen über Jahrhunderte enormen Ruhm gebracht haben. Würde einer von ihnen von einem Sterblichen getötet, würden das Haus der Balladen und sein König gnadenlos Rache nehmen. Nach einem Tag wäre Gorat nur noch einer. Na gut. Ihr erweist euch als überaus hilfreich, meine Liebe. Ich bin euch sehr dankbar und werde für eine angemessene Ehrung sorgen. Das will ich hoffen. Hier in Glendara im Nordosten. Vielleicht gewährt man euch ja Einlass. Es liegt östlich von hier in den Wiesen von Jolwa. Die Feinlande sind ein gefährlicher Ort. Es wimmelt dort vor Kreaturen, die so seltsam sind, dass ihr euch wie im Traum wählt. Na, das freut mich. Das freut mich. Mach das. Grün, blau, violett. Einzigartig und gold. Also, Karte. Oh, Mann. Portman Star hier. Schaut ein bisschen kürzer aus, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen leider. Hier sind ein paar Kollegen. Oh, da leuchtet was. Oh, da leuchtet was. Oh, da leuchtet was. Ja. Wer bist du? 184 Damage. 148 Damage. Not Damage halt, ne? Neuer Ort. Sieht genau gleich aus wie alle anderen, ne? Oh. Na komm her, ne? 100 XP, nicht schlecht. Scheiße, 11. Komm her. Bisschen fahrt ist das Kämpfen irgendwie auch, ne? Einfach nur Maustaste drücken. Einfach mal schauen. Aufbrechen. Oh. Bessere Dietrich, ne? Haus der Balladen, ne? Haus der Balladen, ne? Hallo. Und der Sitz von Sir Sagrell wird niemals von jemand derart wendlichem eingenommen werden. Kalam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Ihr sprecht ohne Zweifel von ihr, ja. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden, überhaupt ganz Oder-Rand. Aber sie hat von mir auf meine Warnung gehört. Ich würde sie bei ihrer Wälder angemessen maßwegen. Es ist schlimm, sicher, aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist Urgefall an? Hmm. Ein Dörfler hat sie angegriffen. Ne, ne? Haben sie vor Banditen gerettet. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dahlen Tat schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäen. Richtig. Jupp. Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Bastard. Okay. Ich sollte nicht dabei gesehen werden, wie ich mich mit euch unterhalte. Das schadet meinem Ansehen. Fick dich doch. Na gut. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Vor allem gibt es auch Quests für uns. Hört mir zu. Ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Es gab ein Ereignis. Eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Sitz. 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 Ich bin Elowa, Lehrerin in den Künsten der Personation. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon geerbt. Ausbildung. Okay. Plus eine Überzeugung, 15.000 Gold. Elowa besitzt große Erfahrung mit dem Talent Überzeugung. Eine Gebühr kannst du dich ausbilden lassen, um dein Talent um einen zu erhöhen. Eine Gebühr, ja. Eine kleine Gebühr. Grundlagenausbilder können ihr Wissen nur an Schülern mit einer Talentstufe von 0 bis 3 weitergeben, die sich außerdem mindestens auf Stufe 0 befinden. Dankeschön. Du hast eine Talent Überzeugung durch harte Ausbildung dauerhaft verbessert. Jo. Bitte sag mir, dass es etwas Ungewöhnliches ist. Oh, nicht genug Geld. Fuck. Weik ja. Ich kann beinahe jeden dazu bringen, nahezu alles zu tun. Ihr glaubt mir nicht. Man fragt einen meiner vielen Bewunderer. Ich bin bereit, euch in meine Geheimnisse einzuweinen. Gebt auf euch A? Vielleicht können wir noch ein bisschen Kohle machen, mal irgendwas verkaufen. Wer bist du? Ich bin Altersloser. Ich bin A? Aber ich vermute, das wisst ihr bereits. Die Gezeiten des Schicksals haben mich an eurem Ufer gespürt. Und so bin ich hier, um eurem Wünschen Folge zu leisten. Okay. Schicksal auflösen. Indem du dein Schicksal auflöst, kannst du für einen bestimmten Preis all deine aktuellen Fähigkeiten, Talente und Schicksale zurücksetzen. Okay. Nö. Bestimmt irgendwann. Nehmen wir mehr Geld. So, da waren wir drin. Dann schauen wir mal darüber. Halle der Schöpfung. Staubling, ja. Das sind wir da. Dann gehen wir in Schleifaltar. Okay, dann. Interessiert mich gerade nicht so. Nehmen wir. Was mit dir? Willkommen im Sanktuarium des Sonnen. Und ich sage, wie ich sehe, seid ihr eine Fremde und eine Sterbliche. Ich bin Grähen. Ich besitze die Wärme des Heilers. Habt ihr Bedarf an meinen Diensten? Wurde dir währenddorf... Nö. Der der schädlichen Krieges verbunden. Dann habt euch wohl. Jo, tu dich auch. Habt ihr keinen Shop hier, he? Oder in der mittleren Tür. Aufschließen. Ha, shit. Na gut, never mind. War wohl nix dann. Die böse Arschlochhöhle, he? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es wird der Ring. Ihr könnt bleiben, aber der Sitz wird niemals von einer Stablieferung gesetzt werden. Jaja. Jaja. Wenn wir die Wurzeln vernichten können, können wir die Bestie aufschlöchen. Kommt. Ich beschäftige den Borka und ihr such nach den Herzranken. Okay. So, wir chillen erstmal. Wir schauen uns ein bisschen um. Okay. Baum. Ich meine, so viel gibt es hier scheinbar eh nicht für uns. Okay. 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 Trudigum. Habs kaputt im Mört. Oh! Neue Chakams 41 Mittel, sehr schnell Na probieren wir mal Bei Chakams war das jetzt irgendwie nicht so besonders Wackere Schuhe Schuhe, Schuhe Magierdinger Manerecken Schauen wir mal Na ja Irgendwie so eine Ranged Waffe Ok, kaputt ist, oder? Oh, da ist er Aber wir können ja leider nicht springen Na ja, X drücken, aber Bambusten Oh, chill mal so wie kommen wir dann zum boss her und vielleicht schaut man ja noch ein level up ok das schaut doch, das schaut gut aus oder? Feind klingen so kam ja da 500 schaden jawohl, jawohl und der hat was der 100% was? 700 xp sehr lächerlich mehr da du bist unnötig Kollege Essenz des Schicksals Schuhe der Glut ok da ist noch eine Kiste Truhe das ist doch eher das Crap hier oh, level up ah, was macht man denn noch hier? weiß ich irgendwie, keine Ahnung hier Schmieden haben wir irgendwie noch nix ja, ich weiß nicht hier hier wird die Mengen Gold ok ja, dann machen wir hier gesürbt scheinbar nicht, ha? ja ja, was soll's hier ok Raffinisse jetzt habe ich irgendwas neues mal ich brauche 35 hier fuck you stürze mit übernatürlicher Geschwindigkeit an Gegner vorbei ok dein schurkischer Erfindungsreichtum ermöglicht es dir Frostfallen hm 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 ja dann ja dann hm 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 Dein Könner mit dem Langbogen erlaubt es dir eine Pfeilsalbe in den Himmel zu schießen und den Tod auf deine Gegner herab regnen zu lassen, er erhöht außerdem die Kapazität, er fordert Zugkraft. Naja, warum nicht, ok. Und wir haben da welche Techniken? Fallsturm, greife während des Blockens, ach komm her, ich will nicht blocken, blocken ist für Pussys, ach so kacke, ok wo gibt es irgendwo einen Gegner? Oho. 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 Eine derartige Tragödie war nie Teil dieses Liedes. Nicht in allen Zyklen der Erzählung. Am Ende dieser Ballade besiegt Sagrell den Grabbocker. Er ist sicherlich. Ich weiß nicht wie es geschehen ist, aber irgendwie hat sich das Lied von Sir Sagrell verändert. Hört mal, wir sind nicht allein, das gefällt mir nicht. Also blocken, komm her, blocken. Wow, das macht keinen Schaden, wie zu erwarten. Oho. 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 Okay. Tower lights here, Accessoires. Ok, 20 Leben, 20 Mana, das ist keine Ahnung. 5% Schaden, Schadensresistenz. Warum nicht ne? Vielleicht dürfen wir ja behalten oder so. Was haben wir hier? Okay. Lotte-Zeug, ja? Oh mein Gott. Aus seinem Schlaf erwacht der Held durch lautes Römer, wildes Griemen, denn plötzlich war ein alliger Feind der Grabenbauker erschienen, der meint von mir nicht zu gehen. Okay, Staros. Okay. Okay. Ganz schön OP das Vieh, aber nicht OP genug. So, ein paar Blümchen. Okay. So, dann haben wir den Platz uns gesichert würde ich sagen. Welchen Zufall. Da kommen die ganzen Gegner her, ja? Na gut. Dann wieder zurück zu dem Haus da und ihnen sagen, dass wir neue Chefs sind. Jo. Salutieren. Das muss eine Bäume looten. Das ist ja die Sterbliche, der Eindruck hat. Ein Kind des Stauds hat ihn Ravorka besiegt. Ihr habt euch alle eine Legende geschaffen. Euch wird der Sitz von Sir Zagrell mit allen dazugehörigen Privilegien verlieren. Einschließlich der Mitgliedschaft gibt nun der Zauberer. Doch es bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen Weitungsproblem. Der König schickt nach uns. Na, was ist ein Zufall, hm? Ich bin... Na, welcher Zwischenfall? Ja. 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 Ich bin bereit. Ja. Hervorragend. Sprech mit König Menzen im Oberturhof. Es steht auf dem Gipfel von Ettenmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des Obersten Hofes beherrachten. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Tava Reisleben zurückzuholen. Ja. 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 Der Zauber ist nach Süden gezogen, um sich der Bedrohung zu stellen. Ja, ja. Ich hätte sie auf der Karte gesehen, ha? Wie sieht es aus, Kumpel? Letter zu mir. Oh. Jetzt sehe ich nicht auf diese Weise Anerkennung aus. Auf Wiedersehen. Sehe es. Also, wie weit dürfen wir diesmal laufen, ha? Oh Gott. Jo, wo ist unser... Nein. Oh, Mann. Ha. Danke. Na schön, ja. So. Diese Richtung. Jo. Das finde ich gelohnt. Keine Chance gegen uns. Oha. Oha. Holy shit, erschreck mich nicht, fucking Spider. Komm her! Holy shit, ist das Spider City, oder was? Au. Okay. Okay. Okay, wir die eine noch. Aber haltet mich nicht für wunderbar. Ich könnte, Kanarov könnte, jemanden mit euren Fähigkeiten warten. Mhm. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwand. Die meisten von uns seitenärmter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerpreise. Doch neuer Dienst ist unsere Verteidigung wirkenslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Yolva gelangt. Das ist sowas. Mhm. Na gut. Ich habe noch weitere Informationen über Warten und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoppen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich. Aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Bart, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Machen wir. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Schauen wir mal, was haben wir da drinnen? Noch mehr Quests. Mhm. Mhm. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären nicht. Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues... Ja. Ja, ja. Es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylaretha Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Tja. War zu erwarten, ne? Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenerntal gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzfall reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Ah, eh nur. Vom Schlund der Bestien, die Jagd auf uns machen, möchte ich. Die einzige Möglichkeit, an die Drüsen zu gelangen, ist eine Spinne zu töten und sie zu entfernen. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber das Dorf braucht diese Tränke dringend. Einkaufen. Nein. Verkaufen. Gut. Ich glaube, es gibt eh nichts, was irgendwie... Oh, 8000. Das willst du wieder nicht, weil es geklaut ist. Jetzt schauen wir mal, ob der... Okay, den haben wir eh an. Hm. 41, hm? 12 Volltreffer. Ah. Wir haben noch ein 2-Asset-Boni. Wir lassen die halt noch an, who cares. Ok, die sind für ein ... ne ... nevermind ... 5 Volltreffer Schaden, 15 Volltreffer Schaden bei Körperschaden ausrüsten ... Schuhe sind wieder so Mage Schuhe ... dann ... naja ... Sehr gut ... ne ... hat man nicht ... sorry ... Warte, was war denn hier ... beim Panzer, dass du mit bist ... Ja, ja, ja ... Ok ... jo ... Schade halt ... Alles weg, jo ... Na gut ... 41 hier ... Was ist der Crap hier ... Ich weiß ... Was gibt es hier noch ... 19 Medians ... Jo ... Alchemielabor ... Bücherregal ... 1 von 10 ... Ok ... Toll ... Tja, was ... Schrank ... Bauernhose geklaut ... He ... Oh Gott ... Sicher der Urmüll ... Na gut ... Dann wieder raus ... Dann wieder raus ... Und ins nächste Haus ... Ha ... Verlassenes Haus ... Ok ... Oh ... ... Noch mehr ... Bauern ... Tunikas ... Und ... Was machen wir mit dem Zeug ... Hier ... Ist sicher ... Ist sicher echt ... Ach ... Bauernhemd ... Das ist echt ... Scheiß ... Na gut ... Na gut ... Dann gehen wir wieder raus ... Hier ... Gut ... Seitensitz ... Hallo ... Hallo ... Tja ... Jetzt sind wir mit dem Arsch ... Wenn wir das klauen ... Wer bist du? Fremde? Ich habe gehört ... Er hätte keine Angst ... ... die Netzwerke zu dich queren ... Was würde ich mich darum geben ... ... wie ihr zu sein ... ... und ... ... diesen Ort zu verlassen ... Ich habe mein Zuhause ... ... schon seit Wochen ... ... nichts mehr gesehen ... ... und ich ... ... fürchte dort könnte ... ... etwas Schreckliches geschehen ... ... sein ... ... das ist es ja ... ... ich weiß es nicht ... ... ich kam wenige Tage ... ... vor den ersten Angriffen ... ... nach Kannerock ... ... und dann ... ... darf ich ihr fest ... ... ein paar Tage später ... ... kam unser Landhelfer ... ... Kateri Jaik ... ... nach Kannerock gestolpert ... ... anfangs wollte er nichts ... ... über meine Eltern erzählen ... ... doch dann sagte er ... ... die Spinnen müssen die erwischt ... ... und nun ... ... genau wie alle anderen auch ... ... irgendetwas ist auf dem Hof geschehen ... ... ich kann mich nicht dazu überwinden ... ... der Sache auf den Grund zu gehen ... ... machen wir ... ... ich werde euch alles geben ... ... was ich besitze ... ... bringt mir einfach nur Nachrichten ... ... von meiner Mutter ... ... und meinem Vater ... ... ich muss wissen ... ... was dort geschehen ist ... ... aus dem Tophof ... ... ihr müsst für mich herausfinden ... ... was dort geschehen ist ... ... ich habe den Kontakt ... ... zu meiner Familie verloren ... ... als ich wegen der Spinnenangriffe ... ... hier fest sah ... ... unser Landhelfer ... ... Kateri Jaik ... ... schaffte jetzt ein paar Tage ... ... nach Beginn der Angriffe ... ... ebenfalls hierher ... ... er will mir allerdings ... ... keine klare Antwort ... ... über meine Eltern geben ... ... ich befürchte das Schlimmste ... ... sichere Reisen ... ... Jo ... ... ich auch ... ... ich habe viel zu tun ... ... Fremde ... ... wenn es also um etwas ... ... geschäftliches geht ... ... solltet ihr schnell machen ... ... die Schmiede ist heiß ... ... falls ihr sie nutzen möchtet ... ... ich habe außerdem noch ... ... ein paar Gegenstände ... ... die ich hier übrigen kann ... ... auch wenn ich mir sicher bin ... ... dass wir sie schon bald ... ... brauchen werden ... ... hier ... ... schön ... ... Dankeschön ... ... Dankeschön ... ... tja ... ... ich würde dich gerne ... ... beklauen ... ... aber ... 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 champions langbogen 23 30 okay nicht dass er sowieso damage macht aber warum nicht stamm verschont sie die armen jämmerlichen tiere aus als wenn alles fröhlich war und frieden im hafen herrschte so sagt man mir blicken einander an aus dem kalt gesegneten hier Okay. Okay. Vielen Dank. Oh mein Gott. Gibt es da oben was, hä? Ein paar Gegend und Ovidos und Scheißstein. Hey, chillen. So kurz eine Zeit an unserem Hof. So lebendig sein Leben. Er verkörpert die Kraft, die Männlichkeit. Er lebt die Prinzessin und Gnaden, um sie zur Frau zu nehmen. König der Männer. Prinz der Leidenschaft. Können wir das irgendwo wieder raus? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich gerade geheilt habe. Nochmal. Nochmal. Okay. Okay. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Das Reste. Das Reste. Das Reste. Nice. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay Level up. Tür. Was machen wir jetzt wieder. Und 35 Punkte. Keine Ahnung, was man da nehmen soll, he? Die Pfeile lohnen ja nicht so wirklich, he? Oder? So, dann nächste Stufe. Gewährt Bonusschicksal. Ne, warum nicht, he? Warte, weiß ich, was das ist. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues Talent hier. Wir räumen halt, ne? Warte, okay. Sind wir eh im richtigen Weg. Naja. Tja. Macht auch nicht viel Schaden. Ich weiß, falsche Richtung gerade, aber... Oh, da ist noch so ein fetter. Das war ja easy. Wie? Was haben wir da so ne Schesshöhle, oder das, ne? Eigentlich wollte ich nicht rein, aber... Okay. Wie ich sehe, seid ihr meinem Rat letztlich gefolgt. Das war eine gute Entscheidung. Glaubt nicht. Sprecht mit Hellig, wenn ihr mehr über die Expedition erfahren wollt. Das ist ja du schon wieder. Oha. Freut mich, dass ihr es wohlbehalten hierher geschafft habt. Allerdings ist Hellig derjenige, mit dem ihr euch unterhalten solltet. Na schön. Jetzt kann das Ding. Nicht schlecht. Das hab ich schon mal gelohnt. Na dann... Was gibt's, Junge? Jo, ich hab so viel zu tun, Junge. Ja. Hm. 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 Ja. Ja. Okay. Ich habe Gerüchte gehört, sie soll voller Artefakte sein, die noch nie jemand gesehen hat. Sonderbare Schnitzereien, gewaltige Steinarbeiten. Ich weiß nicht, wie gefährlich sie ist, aber ich rate davon ab, dort drin allzu sorglos zu sein. Wir sollten sie als gut halbdicht machen. Okay. Ähm. Muss man herkommen, ja? Da noch, jo. So viel noch zu tun, Junge. Nur noch ein bisschen warten. No. Kriegspriester. Ouch. Fuck. Fuck. Haha. Ich will, ich tränke fünf, tränke ich mir noch. Na ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Na Gott sei Dank. Und wofür? Irgendein Dreckschild hier. Na, schauen wir mal noch da hinten. Zum Paket, genau. Na, das ist auch Wölfe. Wow. Vielen Dank. Hallo, ich bin Lady Olé. Und wie soll ich euch nennen? Ich bevorzuge Namen gegenüber Titeln. Wir hier im Haus der Banaden verstricken uns manchmal ein wenig in der Eheerbietung. Aber natürlich seid ihr nun Sacral. So wie es sein sollte. Seid willkommen. Okay. Kann das Ding da was nah, oder? Echostein. Dieser Echostein des Hauses der Banaden reagiert nicht auf deine Versuche mit ihm zu interagieren. Na super. Vielleicht hat es etwas mit den großen runden Auspaarungen zu tun, die sich auf der Vorderseite des Reliks befinden. Offenbar ist noch ein weiterer magischer Gegenstand nötig, um den Echostein zu aktivieren. Schatten. Schatten. Okay. 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 Was? Was? Okay. 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 Königin. Königin. Willkommen, Lady Sacral. Darf ich euch zu eurem Sieg in Gorgor gratulieren? Ja. Königin. Die liebe König Vences und oberste Dame des Hauses der Balladen. Tschöfelig. Ich höfle dich. Ich höfle dich. Ich höfle dich. Doch wie steht ihn nun vor mir. Es ist schade um Sargle. Er war ein großer Held. Aber wir haben keine Zeit, ihm zu ehren, das Mahl des Königs zu erheben. In der bevorstehenden Schlacht brauchen wir jede Hand, die fähig ist, ein Schwer zu führen. Wir sind hier, um Sir Ferrara zu helfen, unserem Bruder im Ruf der Zauber. Es ist Zeit für seine Erzählung der Ballade von Blutgebein. Ferrara hat sich auf die Jaffung nach seinem Erzfeind gemacht. Blutgebein hat sich wieder erhoben, fest entschlossen, ein Mädchen zu entführen, um sie zu seiner Geliebten zu machen. So heißt es in seinem Lied. Nach der Schlacht werdet ihr Ferrara wiederbeleben müssen. Ich kann nur hoffen, dass euch Halam nicht unvorbereitet auf diese Mission geschickt hat. Sucht Ferrara auf und beeilt euch. Wenn die Aufgabe erledigt ist, werde ich euch beim Haus der Balladen im Norden erwarten. Seid vorsichtig, Sagrenn. Udoort liegt im Nordwesten, an den Ufern von Etilmeer. Es ist durch einen mächtigen Zauber versiegelt, doch Blutgebeins Magie ist schwach. Es sollte euch somit möglich sein, Zugang zu erlangen. Viel Glück. All right. Na gut. Aber Speichern. Sechs Stunden schon fast, nicht schlecht. Na gut Freunde, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.